In der Freimaurerei ist der Kern oder das verborgene Herzstück der okkulten Geheimnisse verwurzelt, eingehüllt in Zahlen, Metaphern und Symbolen. Das sagte Benjamin Krähm in »Das Wiedererscheinen von Christus und die Herren der Weisheit«. Und V. W. Wescott sagte in »Die okkulte Macht der Zahlen«, Zahlen sind ein Schlüssel zu den altertümlichen Auffassungen der Weltentstehungslehre, für die Entwicklung der heutigen Menschheit, sowohl spirituell als auch physikalisch. Alle Systeme der religiösen Mystik basieren auf Ziffern. Die Zahlen 3, 5, 7, 9, 11, 13, 33 und alle mehrfachen von diesen haben esoterische Bedeutung für Geheimgesellschaften und werden auf vielfache Weise verwendet. Sie sind in Markennamen geometrisch kodiert und in Unternehmenslogos verschlüsselt. Sie werden als Zahlen von Ratsherren, Unterzeichnern und wichtigen Dokumenten verwendet. Daten mit numerologischer Bedeutung werden für die Einweihung von Denkmälern, für False-Flag-Ereignisse und für geplante Ermordungen verwendet. Mit Sicherheit hinterlassen die Geheimgesellschaften fast immer, zahlenmäßig oder symbolisch, ihre Fingerabdrücke. Bei der Untersuchung dieser heiligen Zahlen und ihrer Verbindungen kommen dann die okkulten Vorstellungen und Geheimnisse an die Oberfläche. Robert Howard schrieb in Zerstörung des World Trade Centers Okkulte Symbolik deutet auf Feinde innerhalb unserer eigenen Regierung. Die Zahlen 3, 7, 9, 11, 13, 33, 39 bis irgendein Mehrfaches dieser Zahlen haben eine besondere Bedeutung für die Illuminaten. Wir bemerken, dass die Bilderberger einen Kern von 39 Mitgliedern haben, die sich auf drei Gruppen zu je 13 Mitgliedern aufteilen. Wir bemerken, dass der Hauptteil der 39 den 13, welche den Strategieausschuss bilden, Rechenschaft ablegen. Wir bemerken besonders, dass die 13 Mitglieder des Strategieausschusses dem runden Tisch der 9 Rechenschaft ablegen. Du weißt, dass die ursprünglichen Staaten der Vereinigten Staaten von Amerika 13 waren. Die Verfassung hat sieben Artikel und wurde von 39 Mitgliedern der verfassungsgebenden Versammlung unterzeichnet. Was ist der Zweck, zahlenmäßige Spuren bei seinen Verbrechen und Taten zu hinterlassen? Ist es eine überhebliche Visitenkarte, um sie anderen Eingeweihten der Geheimgesellschaften zu zeigen oder sie daran teilhaben zu lassen? Sind es Glückszahlen? Oder enthalten die Ziffern selbst noch irgendetwas Mystisches? Von allem erwähnten etwas. David Icke schrieb in Das größte Geheimnis Diese Zahlencodes haben eine tiefere Bedeutung als die mehr offensichtlichen der Tage, Monate und des Tierkreises. Zahlen stellen auch Schwingungsfrequenzen dar. Jede Frequenz harmonisiert mit einer bestimmten Zahl, Farbe oder einem Klang. Manche Frequenzen, dargestellt durch Zahlen, Farben und Klänge, sind besonders kraftvoll. Symbole stellen ebenfalls Frequenzen dar und sie beeinflussen das Unterbewusstsein, ohne dass die Person weiß, dass es geschieht. Dies ist ein anderer Grund, warum gewisse Symbole in Geheimgesellschaften, Landesfahnen, Firmenlogos, Werbung usw. gesehen werden. Warum ist der höchste Rang beim US-Militär ein Fünf-Sterne-General? Wer trägt Fünf-Sterne und wer trägt fünfzackige goldene Sterne? Warum tragen Sheriffs einen sechszackigen Goldstern? Was haben diese okkulten Amulette und Symbole damit zu tun, sein Land zu beschützen? Frank Joseph schrieb in Die Atlantis-Enzyklopädie Auf Kreta schrieb Platon, dass die Zahlen Fünf und Sechs in Atlantis heilig waren, wo sie in der Architektur, Kunst und im zeremoniellen Bereich um die geraden und ungeraden Tage zu ehren, kodiert waren. Die Wahl der Antlanter für diese Ziffern spiegelt ihre ganzheitliche Religion wider, der Nabel der Welt, deren Anhänger nach spiritueller Einheit und Gleichgewicht trachteten. Die Zahl Fünf stellt das männliche Prinzip des bewussten äußeren Handels dar, während Sechs für die weibliche intuitive Empfänglichkeit steht. Zitat Ende Die Bedeutung von Atlantis wird später noch wichtiger, aber für jetzt genügt es zu sagen, dass Fünf das männliche Prinzip des nach außen gerichteten Handelns darstellt. Antike Kulturen auf der ganzen Welt teilten die Vorstellung, dass die Sonne das männliche Prinzip darstellt, während der Mond das weibliche darstellt. So repräsentiert ein Soldat oder Sonnenkrieger eine Fünf- oder einen Fünf-zackigen Stern tragend höchstwahrscheinlich stark das männliche Prinzip und Energie. Moderne Okkultisten betrachten die Fünf als die Zahl des Todes. Die größte Steigerung von irgendeiner Zahl ist das Dreifache, was 555 förmlich zum höchsten Tod macht. Könnte dies der Grund dafür sein, warum der höchste militärische Rang, Fünf-Sterne generelle, Fünf-Sterne oder Fünf-zackige-Sterne auf ihren Uniformen tragen? Könnte dies sein, warum das Gebäude des US-Pentagon, fünfeckig, fünfseitig, mit einem Innenhof von genau 5 Morgan, also 20.000 Quadratmeter, ist. Der Mitgestalter des Pentagons, Jack Whiteside Parsons, war tatsächlich ein Okkultist und hoher Priester des Templerordens. Tex Mars schrieb in Codex Magica, Der amerikanische Raketenforscher, Gründer des Kalifornischen Düsenantrieblaboratoriums und Priester des Templerordens, Jack Parsons, war, wie der Mormone Joseph Smith, ein höchster Diener des Teufels und ein Aufrührer gegen Gott. Er wehnte sich selber, der prophezeite Teufel zu sein. Parsons schrieb diesen schaurigen Abschnitt in sein Tagebuch. Während des Zweiten Weltkriegs begann das US-Kriegsministerium mit dem Bau des Pentagon und änderte seinen Namen in Verteidigungsministerium. Und seitdem hat die US-Regierung zahlreiche unerklärte Kriege geführt, welche sie der Öffentlichkeit als bloße Verteidigungsmaßnahmen, Präventivschläge oder unvermeidliche Konflikte und Abschreckungsmaßnahmen verkaufte. Die berüchtigten Illuminaten John D. Rockefeller und Amschel Bauer Rothschild hatten fünf Söhne. Wenn die fünf die männliche Energie des nach außen gerichteten Handelns ist, dann sind fünf Söhne oder Sonnen die höchste Verkörperung von diesem Prinzip. Es ist ebenfalls interessant, dass so viele der kommerziellen gecasteten Boy- und Girl-Bands, gegründet von Unternehmen, nicht von den Mitgliedern selbst, wie die Spice Girls, Pussycat Dolls, New Kids on the Block, Backstreet Boys und NSYNC alle fünf Bandmitglieder haben und jedes Mitglied sich in einer gewissen einzigartigen Art darstellt, handelt und kleidet. Der Bösewicht, der Schönling, der Schnösel, der Hippie und so weiter. Das Ganze scheint einer okkulten Absicht des Tierkreises zu dienen, dabei diese Charaktertypen verwendend, um Waren zu verkaufen. Michael Tessarion sagte auf einer Lesung auf der Conspiracy Convention 2003 mit dem Titel Die zersetzende Verwendung der heiligen Symbolik in den Medien. Im antiken und modernen Okkultismus ist der fünfte Buchstabe E sehr wichtig, weil er das fünfte Wesen oder die Quintessenz darstellt. Er repräsentiert eine spirituelle Macht der Überlegenheit, die Zahl 5. So wird man stets etwas in einem Unternehmenslogo finden, was das E aus einem Grund betont. Es wird immer auf irgendeine Weise hervorgehoben, getrennt oder irgendwie gesenkt sein. Bitte nehme die E's in den Unternehmenslogos zur Kenntnis, da E als der fünfte Buchstabe des Alphabets sehr häufig hervorgehoben oder anders geschrieben ist wie die anderen Buchstaben. Intel senkt das E, Acer macht es sehr dünn, Crest und Lee setzt einen Sonnenschein hinter das E, E-Force hat die Illuminatenpyramide und Microsoft Internet Explorer verwendet das E-Zeichen mit dem Ring des Saturn. Man beachte auch besonders die Logos von Ebay, E-Trade, ESPN, Dell, Esprit, Express, E-B, EA Sports oder EA Games, E&A, FedEx, N-Concept Academy und viele mehr. Es gibt höchstwahrscheinlich Okkultisten in gehobenen Stellungen in der Werbeindustrie. In Skandinavien hatte der große Odin zwölf Namen verkörperte Merkmale. Die Kabbalisten achten die zwölf Permutationen des Tetragramms. In einem gewöhnlichen Satz Spielkarten gibt es zwölf Hofkarten, jeweils viermal Bube, Dame, König. In einem Satz Tarotkarten gibt es allerdings auch vier Kavalle. Es gab zwölf aufgezeichnete Erscheinungen von Jesus nach seinem Tod. Ihn sahen Maria Magdalena, die Frauen am leeren Grab, zwei Jünger, Petrus, zehn Apostel, elf Apostel, sieben Apostel und andere beim Fischen, 500 Brüder auf einmal, Jakobus der Jüngere, Stephanus bei seinem Märtyrer-Tod, Paulus und der Apostel Johannes. Das war aus dem Buch Zahlen, ihre okkulte Macht und mystischen Werte von William Westcott. In der Bibel gab es zwölf Stämme Israels, zwölf Brüder Josefs, zwölf Richter von Israel, zwölf große Patriarchen, zwölf Propheten im Alten Testament, zwölf Könige von Israel, zwölf Oberste in Israel und die zwölf Jünger Jesus. Wie später gezeigt wird, beziehen sich diese biblischen Zwölf für die Eingeweihten nicht auf zwölf wirkliche Menschen, sondern auf zwölf Potentialitäten des Bewusstseins, die zwölf Tierkreiszeichen. Daher haben wir auch zwölf Monate im Jahr, zwölf Tagstunden und zwölf Nachtstunden, zwölf Weihnachtstage, zwölf Klassen in der Schule in den USA, zwölf Schritte-Programm bei den anonymen Alkoholikern, zwölf Geschworene, zwölf Tonarten bei der Musik, zwölf Eier in einer Packung, zwölf Zoll ist ein Fuß, die freimaurerische majestätische Zwölf und zwölf Jahre Kindheit vor der Jugendzeit als Teenager und die jüdische Bar Mitzvah mit 13. David Icke schrieb in Das größte Geheimnis, Ein gängiges Motiv bei allen Traditionen der Geheimschulen ist jenes von zwölf Jüngern, Rittern oder Anhängern, die eine Gottheit umgeben. Die Zahl zwölf ist, neben anderen Dingen, ein Code für die zwölf Monate des Jahres und die Häuser des Tierkreises, durch welche die Sonne symbolisch unterwegs ist, der Gott als 13 symbolisiert. Dies ist das heilige Zwölf und Eins, wie manche es beschreiben, und es ist ein Hauptgrund, warum die Zahlen 12 und 13 immer wiederkehren. Daher hat man zwölf Stämme Israels, zwölf Obersten von Israel, zwölf Jünger und Anhänger von Jesus, Buddha, Osiris und Guetzalcoatl. Es gibt auch einen König Arthur und seine zwölf Ritter der Tafelrunde, des Tierkreises, und die Frauen Isis Semiramis mit einer Krone mit zwölf Sternen im biblischen Buch der Offenbarung. In Skandinavien und der ganzen nördlichen Region findet man die Odin-Mysterien, erneut inspiriert durch dieselbe arische Rasse aus dem Nahen Osten. In dieser Tradition gibt es zwölf Drodnas, Tempelpriester, die mit Odin über die Mysterien wachen. Die heilige Zwölf und Eins wieder mal. Diese Geschichten sind nicht wirklich wahr, und sie sind mystische Symbolik. Dies wird heutzutage mit denselben Symbolen durchgeführt, welche von den Geheimgesellschaften bei Länderflaggen, Wappen, Werbung und Firmenlogos verwendet werden. Das Werk der Geheimgesellschaften, die EU, hat einen Kreis aus zwölf Sternen als ihr Symbol. Es geht hier um heilige Zahlen und Geometrie. Die Proportionen der ägyptischen Statuen, ob groß oder klein, waren das Vielfache oder Varianten von zwölf oder sechs. Zitat Ende. Die geheimnisvollere Dreizehn ist mit der Zwölf verbunden. Dreizehn ist die Zwölf um Eins. Es gibt zwölf Geschworene und einen Richter. Dreizehn ist der Herr mit zwölf Jüngern. Dreizehn ist der Betrachter der zwölf Tierkreiszeichen. Es gibt nur zwölf Monate beim Sonnenkalender, aber dreizehn Monate beim Mondkalender. Dreizehn, wie die Sechs, stellt den Mond und die weibliche Energie dar. Und fünf und zwölf Sonne und männlich. Dieses Entscheidende wird seit langem von den Illuminaten und dem religiösen Sonnen-Sohn-Kult verschrieben. Deswegen gilt die Dreizehn allgemein als Unglückszahl. Sie soll für dich unglücklich sein, nicht für die eingeweihten Eliten, welche ihren mystischen Wert verstehen. Im Alten Testament hat die Zahl 13 den Beiklang von Revolution und Aufruhr. Im ersten Buch Moses, Kapitel 14, Vers 4, liest man, Denn sie waren zwölf Jahre unter dem König Kedor-Laomor gewesen, und im dreizehnten Jahr waren sie von ihm abgefallen. E.W. Bullinger schrieb in Zahlen in der Heiligen Schrift, Alexander der Große herrschte für 13 Jahre und kaufte sein Pferd Bukephalos für 13 Goldmünzen, Dann starb er mit 33. Während der Hexenprozesse von Salem, anno 1692, wurden 13 Frauen hingerichtet. Als die Kolonien in Nordamerika gegründet wurden, hatten die New Yorker Freimaurer 13 Gerade. Die ursprüngliche amerikanische Fahne hatte 13 Sterne und 13 Streifen für die ursprünglichen 13 Kolonien. Der Freimaurer Pierre Laffont gestaltete in der Mitte von Washington ein Pentagramm aus 13 Straßen. Der freimaurerische Tempel der Erkenntnis in Washington liegt 13 Häuserblöcke nördlich des Weißen Hauses in einer direkten Verbindung mit dem Obelisk des Washington Monument. 1913 wurde die kriminelle Federal Reserve gegründet. Sie ist zusammengesetzt aus zwölf regionalen Banken und wird von der New York Federal Reserve Bank beherrscht. Im Jahr 1933 wurde mit dem Druck der Dollarscheine begonnen, welche die Illuminatenpyramide und die Eulen von Bohemian Grove zeigen. Diese Scheine verschlüsseln auch wiederholt die Zahl 13. Es gibt auf ihnen 13 Sterne über dem Kopf des Adlers, 13 Stufen der Pyramide, 13 Buchstaben beim Spruch Anuit Coeptis und 13 Buchstaben bei jenem des E Pluribus Unim. Es gibt 13 senkrechte Streifen auf dem Schild, 13 waagerechte Streifen oben am Schild, 13 Blätter des Olivenzweiges, 13 Beeren und 13 Zahlen auf den Banknoten. Bei dem Siegel des US-Schatzamts gibt es vorne einen freimaurerischen Winkel wie der Zirkel und Winkel auf dem Freimaurersiegel und wenn man eine Lupe verwendet, wird man 13 Löcher in dem Winkel entdecken. Kein Wunder, dass der 13. Abschnitt des Bundesrechts der USA auf das Thema Bankrott bezogen ist. Paul Foster Case schrieb in Das große Siegel der USA Zitat Ende Weil 1776 in römischen Ziffern auf dem Boden der 13-stufigen Pyramide des Dollarscheins steht, könnte man dies als 13 Zyklen von 13 Jahren, 13 mal 13 gleich 169, deuten. Einige Forscher haben überzeugend aufgezeigt, wie alle 13 Jahre, vom 4. Juli 1776 bis 1945, 169 Jahre später, große Fortschritte für das große Werk der Geheimgesellschaften unternommen wurden. 1776 wurden die USA und die Illuminaten gegründet. 1789 schürten Illuminaten die Französische Revolution, verabschiedeten die amerikanische Verfassung und das große Siegel der USA. 1802 wurde Washington D.C. in die USA eingegliedert. Und so geht es weiter bis 1945, als die UN der neuen Weltordnung gebildet wurde, als der 33. Präsident und Freimauer 33. Grades Harry Truman am Ende des Zweiten Weltkrieges Massenmorde anordnete und der Welt das sogenannte Atomzeitalter brachte. 1948 finanzierte die Rockefeller Stiftung ein neues Regierungsgebäude an der östlichen 60. Straße, Hausnummer 1313. 1962 dauerte die Raketenkrise auf Kuba 13 Tage. Und 13 Monate später, auf den Tag genau, am 22.11.1963, wurde Präsident John F. Kennedy erschossen. 11 plus 22 gleich 33. Er wurde an genau denselben drei Stellen getroffen, wie der Freimauer Hiram Abiff, der, die Verfolgung der Templer am Freitag den 13.307 darstellend, in den Rücken, die Kehle und den Kopf getroffen wurde. Die Apollo 13-Rakete startete um 1.13 Uhr, also 13.13 Uhr militärischer Zeit, und erlitt die angebliche Explosion zwei Tage später, am 13. April 1970. Robert Howard schrieb in George Bush Jr. und die Zahl 13. Denkst du wirklich, das alles wäre Zufall? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Lass mich einmal zusammenfassen. George W. Bush, 13. Vetter von Großbritanniens Königin Mutter und ihrer Tochter Königin Elizabeth und ist ein 13. Vetter des dem Thronerbe enthobenen Prinz Charles. Offiziell wurde er am 13. Dezember der 43. Präsident eines Landes, welches ursprünglich 13 Kolonien hatte, welches seinen Unabhängigkeitstag am 4. Juli feiert, was exakt 13 Tage nach der Sommersonnenwende am 21. Juni ist. Nach dieser Berechnung ist der 22. Juni der Tag 1. Einige betrachten die USA als den 13. Stamm von Israel. Bush regiert aus dem Weißen Haus, dessen Grundstein am Samstag, dem 13. Oktober 1792, durch ein freimaurerisches Ritual gesetzt wurde, als die Georgetown-Loge Nummer 9 von Maryland für eine Zeremonie zusammentrat. Fritz Springmeier, David Icke und andere haben 13 wesentliche Illuminaten-Blutlinien aufgezeichnet. Springmeier listet in seinem Buch Blutlinien der Illuminaten die 13 führenden Familien der USA auf. Astor, Bundy, Collings, Dupont, Freeman, Kennedy, Lee, Onassis, Reynolds, Rockefeller, Rothschild, Russell und Van Duyn. Andere Forscher sind sich uneinig, welche 13 Familien an der Spitze der Pyramide sind. Manche sagen beispielsweise, dass die Disney, Oppenheimer, Payser, Warburg oder Windsor-Familien unter den ersten 13 sind. Alle Forscher sind sich jedoch einig, dass die Rockefellers und Rothschilds unter ihnen sind. Bei der Verwendung von Gematrie verschlüsselt jeder Buchstabe des Alphabets eine Zahl von 1 bis 26. A ist gleich 1, B ist gleich 2 und so weiter. Ein Wort oder Anagramm wird numerologisch bedeutend, wenn es mathematisch in heilige Zahlen umgewandelt werden kann. Beispielsweise wird der amerikanische Medienkonzern America Online, AOL, zu A gleich 1, O gleich 15 und L gleich 12. Diese Zahlen können leicht durch einfache Mittel die heilige 13 erzeugen und in Einklang bringen. 1 plus 15 minus 1 minus 2 ist gleich 13. CBS, ein Fernsehsender, 3, 2, 19 ist gleich 32 minus 19 ist gleich 33. Und so weiter. Ich liste hier noch ein paar auf aus dem Text. Nochmal Robert Howard aus 13 und 33, die freimaurerische Handschrift. Sie sind in der Regierung. Sie stecken hinter dem Profisport. Der Besitzer der Pittsburgh Steelers ist ein Ritter des Malteser-Ordens. Der Besitzer der Detroit Lions ist ein Ritter des Malteser-Ordens. Fast alle Besitzer der großen Football-Unternehmen sind Ritter des Malteser-Ordens, um die Leute bei diesem Rummel um Sport und Spiel entzückt aufjubeln zu lassen, während sie damit beschäftigt sind, eine Tyrannei zu errichten. Dies war einer der Punkte in dem Protokoll der Weisen von Zion, dass sie das Volk unterhalten werden. Dabei spielt auch der Freimaurer 33. Gradeswold Disney eine Rolle. Disney World und Disneyland. Und Milton Hershey mit dem Vergnügungspark Hershey Park. Sie schufen diese Unterhaltung, Spiele und Zeitvertreibe, um die Leute Freude trunken zu machen, während sie damit beschäftigt sind, die protestantische Regierungsform zu stürzen. Zitat Ende. Noch ein paar numerologische Beispiele aus der Sportwelt. Football, Liga, Basketball, Eishockey, Baseball, Golf und Stocker. Diese numerologischen Entsprechungen scheinen zu gezwungen oder weit hergeholt, um bewusst geschaffen worden zu sein. Und es ist möglich, dass einige von diesen 13 zufällig sind, jedoch höchst unwahrscheinlich, dass es alle sind. Die Geheimgesellschaften haben immer wieder ihre Besessenheit mit diesen Verschlüsselungen und Zahlen gezeigt. Nimm dir drei oder vier Buchstaben und schau, ob du sie numerologisch auf 13 begrenzen kannst. Diese Zahlen können nur in eingeschränkter Weise manipuliert werden. Nochmal Robert Howard aus 13 und 33, die freimaurerische Handschrift. Viele Filme haben die Zahl 13 in ihrem Titel. 13 Frightened Girls, 13 East Street, The 13th Floor, 13 West Street, 13 Fighting Men, 13 Ghosts, Apollo 13, 13 Lead Soldiers, 13 Men in the Gun und so weiter. Die USA hat eine Altersfreigabe bei Filmen, die sich PG-13 nennt. Falls du es noch nicht weißt, Hollywood gehört den Freimaurern. John Wayne war ein Freimaurer. Wie viele von uns spielten Cowboy und Indianer? Niemand wollte der Indianer sein. Wir alle wussten, dass die Indianer umgebracht werden. Auf diese Weise verherrlichte Hollywood den Massenmord an den amerikanischen First Nations. Der Schöpfer der Star Trek-Reihe, bei uns hieß das Raumschiff Enterprise, Gene Roddenberry, war ein Freimaurer. Sogar der Name der Vulkanier in der Serie stammt von dem römischen Gott Vulcanus, dem von den Griechen übernommenen Gott Hephaistos. Das Sprechgerät der Darsteller ist eine Pyramide. Übrigens wurde die Serie geschaffen, um uns reif für eine geschwindelte Invasion von Außerirdischen zu machen, um die neue Weltordnung einzuführen. Im Vatikan gibt es 32 Torbögen auf jeder Seite des Torplatzes mit einem riesigen Obelisken in der Mitte. Die Soutane des Papstes hat 32 Knöpfe und sein Kopf stellt den 33. dar. Das Wappen der ehemaligen Sowjetunion hat 32 von der Sonne ausgehende Strahlen, die Sonne, die 33 darstellen. Am 03.03.2003 bat das Weltgebetszentrum der UN jeden darum, gleichzeitig um 3.30 Uhr nachmittags zu beten. Die Decke im Saal der UN-Generalversammlung hat eine große runde Leuchte, welche von 32 kleineren Leuchten umgeben ist. Das UN-Gebäude ist 39 Stockwerke hoch, also 13 mal 3, und befindet sich auf vom Freimaurer und Illuminaten David Rockefeller gespendeten Land. Die Flagge der UN zeigt eine flache Erde, unterteilt in 33 von Olivenzweigen umrangte Abschnitte. Die Flagge ist blau, so wie die ersten drei blauen Grade der Freimaurerei. Es gibt 13 Grade der Freimaurerei des York-Ritus und 33 Grade des schottischen Ritus. Das ursprünglich britische Maßsystem stammt aus dem freimaurerischen Frankreich der 1790er Jahre, was erklärt, warum 13 übliche Zoll oder Inches genau 33 Zentimeter ergeben. Eis friert und wandelt sich zurück zu Wasser bei 32 Grad Fahrenheit, ebenfalls mit den freimaurerischen Graden der Erleuchtung übereinstimmend, da jeder hochgestellte Freimaurer, der noch nicht entscheidend zum großen Werk beigetragen hat, beim 32. Grad eingefroren wird, sprich nicht vorankommt. 33 ist der erste Grad, bei welchem die Erleuchteten frei durch die ganze Organisation wandeln dürfen. Die Idee der Messung der Temperatur durch Grade ist freimaurerisch. Im Englischen nennt man das Zeugnis sinngemäß Grad und ein Verhör nennt man sinngemäß den dritten Grad, von der freimaurerischen Zeremonie stammend, bei der man den Anwärtern viele bohrende persönliche Fragen stellt. Eines der Hauptsymbole der Freimaurerei des schottischen Ritus, den Adler, findet man auf der Dollarbanknote. Er hat 32 Federn an seinem rechten Flügel, die 32 formellen Grade des schottischen Ritus darstellend. Er schaut jedoch auf seinen linken Flügel, welcher eine zusätzliche Feder aufweist, den 33. Grad symbolisierend, den viele hohe Persönlichkeiten und historische Personen haben. Der Kopf des obersten Rates der Weltfreimaugerei, Albert Pike, erfand den 33. Grad im Jahre 1832. Er war ein hoher Justizbeamter und Mitbegründer des Kuckucksklan. K ist der elfte Buchstabe des Alphabets, 11 mal 3 gleich 33. Im zweiten Buch Samuel, Kapitel 5, Vers 5, steht, Zu Hebron regierte er, König David, sieben Jahre und sechs Monate über Judah. Also 7 plus 6 gleich 13. Aber zu Jerusalem regierte er 33 Jahre über ganz Israel und Judah. Zitat Ende. Es gibt zahlreiche Bezüge zur 33 in der Bibel. 33 Tage der Reinigung, im dritten Buch Mose, Kapitel 12, Vers 4. 33 Söhne und Töchter von Israel, im ersten Buch Mose, Kapitel 46, Vers 15. Und 3300 Aufseher König Salomons, im ersten Buch Könige, Kapitel 5, Vers 16. König David regierte Jerusalem 33 Jahre, im ersten Buch Könige, Kapitel 2, Vers 11. Der Davidsstern besteht aus zwei Dreiecken. Zwei Dreier bedeutend, also 33. Es gibt genau 33 Bezeichnungen im Alten Testament für den Teufel und 13 im Neuen Testament. Und vor allem wurde Jesus im Alter von 30 Jahren getauft, begann sein dreijähriges Wirken, starb dann und ist im Alter von 33 wieder auferstanden. Lukas, Kapitel 3, Vers 23. Auch im ersten Buch Chronik, Kapitel 3, Vers 4 und im ersten Buch Chronik, Kapitel 29, Vers 27. Michael Tessarion schrieb in Astrotheologie und Siderische Mythologie, Die Sonne erscheint am 30. Grad, sie ist jedoch nicht vollkommen klar bis zum 33. Grad, da sie auch von einer bestimmten Größe ist. Deswegen sagen sie in der Bibel, dass das Wirken Christi mit 30 begann und mit 33 endete. Dieser Hinweis würde unmissverständlich für irgendjemand, der sich mit den Geheimnissen der Astrologie auskennt, sein. Die Zahl ist mit der Einführung der Sonne Gottes bei der Wanderung durch den Tierkreis verbunden, nicht des Sohnes. Darum verwenden die freimaurerischen Logen auch die Zahl. In der Astrologie wandert die Sonne beim 33. Grad in ein neues Tierkreiszeichen, ein lange vor dem Christentum bekanntes Konzept. Die göttliche Komödie von Dante ist in drei Abschnitte unterteilt. 34 Gedichte von Inferno, 33 Gedichte von Purgatorio und 33 Gedichte von Paradiso. Der menschliche Fuß hat 33 Muskeln. Die menschliche Wirbelsäule hat 33 Wirbel. Das Autorennen von Indianapolis startet traditionell mit drei Reihen, je elf Rennwagen macht 33. Es gibt eine Band namens 311. Das Logo der Bank of America besteht aus drei Reihen Elven, macht ebenfalls 33. Die Todeszeit der Königin Mutter wurde mit 3.15 Uhr angegeben. Beide Zeiger auf 3 ist gleich 33. Der Geschäftsführer des Enron-Konzerns, Kenneth Lay, kaufte den ganzen 33. Stock seines Gebäudes und lebte in der Eigentumswohnung Nummer 33. Die zweifachen Bombenanschläge auf der indonesischen Insel Bali am 12.10.2002 und 1.10.2005 waren bis auf elf Tage drei Jahre zeitlich auseinander. Am 11.11.2004 um 3.30 Uhr in der Nacht wurde Yassir Arafat offiziell für tot erklärt. Am selben Tag traf sich die Weltgesundheitsorganisation der UN, die WHO, zum ersten Mal, um die Vogelgrippe zu erörtern. Drei Monate und elf Tage später, am 22.02.2005, begann die Seuchenschutzbehörde der USA damit, den Amerikanern mit mehr Propaganda der Vogelgrippe Angst einzujagen. Sie erwähnte dabei die vom amerikanischen Militär durchgesetzten Quarantänen der Bevölkerung. Alles war bereits geschehen. Die geschwindelten Space Shuttles starten auf der Abschussrampe 39 auf der Startbahn 33 in Florida. Am 11. Jahrestag des angeblichen Unglücks der Columbia-Rakete STS 107 mit je einem Astronautendarsteller von allen sieben Kontinenten über dem 33. Breitengrad, Am 1.02.03, ergibt 33, hielt George Bush eine Rede vor der UN-Versammlung, bei welcher er nach einer neuen Weltordnung verlangte. Verbrecher. Wieder und wieder. Die Generalstaatsanwältin der USA, Janet Reno, wurde am 11.03.1993 berufen. 39, also 13 mal 3, Tage später erschwindelten sie ein angebliches Massaker in Waco, Texas. Der 11.03.1985 war auch der Tag von Mikhail Gorbatschows Amtseinführung. Zitat Ende. US-Präsident Roosevelt kam 1933 an die Macht und er hat sich der Errichtung der neuen Weltordnung verschrieben. Das freimaurerische große Siegel der USA mit dem lateinischen Spruch Neue Weltordnung wurde 1933 dem Dollarschein hinzugefügt. Walt Disney war ein Freimaurer 33. Grades und Disneyland hat einen Club 33. Das dortige Magic Kingdom Castle wurde dem Schloss Neuschwanstein nachempfunden, wo die Illuminaten entstanden. Während des Zweiten Weltkrieges bescherte uns der Freimaurer 33. Grades Winston Churchill das V für Victory Handzeichen, welches ab den 60er Jahren dann das Friedenszeichen wurde. Bevor dieses freimaurerische Handzeichen Sieg oder Frieden bezeichnete, war es ein Symbol des 33. Grades. Es gibt drei Gelenke am Knöchel der zwei Finger. Das macht 33. Wenn man sie zu einem V spreizt, bedeutet es 33. Grat. Der Freimaurer 33. Grades Buzz Aldrin und der Sohn eines Freimaurers des 33. Grades Neil Armstrong Jr. führten angeblich eine freimaurerische Zeremonie 33 Minuten nach der geschwindelten Mondlandung durch. Sie hielten die freimaurerische Fahne und nahmen Fotos voneinander. Am 7.02.03 tötete angeblich eine Explosion in einem Nachtclub in Kolumbien 33 Menschen. Der Regisseur James Cameron, Freimaurer 33. Grades, besuchte die Premiere seines Filmes Titanic, welcher genau um 3.33 Uhr nachmittags in einem Kino in Houston, Texas begann, mit zwei anderen, zusammen drei, 33. Grad Freimaurern. Stanley Kubrick wurde angeblich genau 666 Tage vor dem Jahresbeginn 2001 umgebracht. Sein Film hieß 2001 Odyssee im Weltraum. Dieser Film wurde zuerst 1968 gezeigt, 33 Jahre vor 2001. Der Film Rosemary's Baby wurde in dem New Yorker Dakota Building gedreht, vor dem der geschwindelte Mord an John Lennon, der den Regisseur Roman Polanski persönlich kannte, stattfand. Der Film hat die Handlung, dass die Eliten, der Gründer der Kirche Satans, Anton LaVey, hat einen Kurzauftritt, Rosemary's Baby verlangen, um berühmt und erfolgreich zu sein. Ein Jahr danach fand der Schwindel des angeblichen Mordes an Sharon Tate, Polanskis angeblich schwangere Ehefrau, durch die Manson-Familie statt. Der Charles Manson-Darsteller machte später bei der angeblichen Gerichtsverhandlung vor der Kamera wilde freimaurerische Handzeichen. Jetzt ein Zitat aus freimaurerisch-okkulte Numerologie von Duke. John F. Kennedy wurde wegen des Geldsystems im 11. Monat am 22., also 2 mal 11 gleich 22, genau neben dem 33. Breitengrad umgebracht, als er gerade die Pyramide erreichte. Sie errichteten dort, wo er mit einem Dreiecksmord der Freimaurerei getötet wurde, einen ägyptischen Obelisken mit der ewigen Flamme der Freimaurerei auf der Spitze. Der geschwindelte Anschlag auf Ronald Reagan geschah im dritten Monat am 30. Tag. 3 plus 30 ist gleich 33. Zitat Ende Jesus wurde von dem Römischen Reich gekreuzigt und starb drei Tage lang im Alter von 33 Jahren. Alexander der Große starb ebenfalls mit 33. Papst Johannes Paul I. wurde angeblich ermordet, nachdem er nur 33 Tage im Amt war. David Koresh, angeblicher Führer der Davidianer-Sekte beim geschwindelten Massaker in Waco, Texas, starb mit 33 Jahren nahe des 33. Breitengrades. Der angebliche Verantwortliche bei dem False-Flag-Anschlag auf das Regierungsgebäude von Oklahoma City, Timothy McVeigh, wurde angeblich im Alter von 33 Jahren hingerichtet. Es gab 33 angebliche Opfer beim Schwindel der Schießerei an der Virginia Tech-Universität im April 2007. Day Williams schrieb in Freimaurer und Geheimnisse am 33. Breitengrad, Viele bedeutende Ereignisse der modernen Geschichte ereigneten sich am 33. Breitengrad. Beispielsweise eröffnete der Freimaurer 33. Grades und 33. Präsident der USA, Harry Truman, das Atomzeitalter mit dem angeblichen Test einer Atombombe auf dem Testgelände in White Sands, New Mexico, am 33. Breitengrad. Er gab später angeblich den Befehl, zwei weitere angebliche Atombomben auf die Städte Hiroshima und Nagasaki abzuwerfen, nahe des 33. Breitengrades. Rund drei Jahre später gab es die berühmte UFO-Sichtung und anschließende Area 51-Basis am 33. Breitengrad in Roswell, New Mexico. JFK wurde am Daily Plaza in Dallas, Texas, nahe des 33. Breitengrades, am 22.11.1963 erschossen. 11 plus 22 gleich 33. Die Daily Plaza hat die Form einer Pyramide mit fehlender Spitze und war auch der Sitz des ersten Freimaurer-Tempels in Dallas. Die geschwindelte Bombenexplosion bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta, Georgia, war auch am 33. Breitengrad. Elisabeth von Buren schrieb in »Das Geheimnis der Illuminati«, »In der spirituellen Numerologie symbolisiert die 33 das höchste spirituelle Bewusstsein, welches ein Mensch erreichen kann.« Zitat Ende. Drei sehr bedeutende 33er beziehen sich auf den menschlichen Körper und die Spiritualität und es ist wahrscheinlich das esoterische Verständnis von diesen drei 33ern, das von den Freimaurern des 33. Grades begehrt wird. Erstmal, es gibt genau 33 Spiralen in einem vollständigen Abschnitt der menschlichen DNS. Diese biologische Tatsache haben wahrscheinlich die antiken Menschen gewusst, die, wie ich später zeigen werde, wissenschaftlich und technologisch weit fortschrittlicher waren, als in den Lehrbüchern und Medien des Systems dargestellt wird. Die zweite bedeutende 33 ist die Anzahl der Wirbel der menschlichen Wirbelsäule. Beim antiken Kundalini-Yoga wird gesagt, dass die Kundalini-Energie der Schlange vom Wurzelchakra aufsteigt, sich hoch und um die Wirbelsäule windet, bis sie das Kronenchakra spirituell erleuchtet. Dies mag sich wie unsinniger östlicher Mystizismus anhören, jedoch zeigt diese heilige Zahl 33 Parallelen zu der Welt der westlichen Urkultenlehren. Der antike hebräische kabbalistische Lebensbaum enthält 33 Permutationen des Bewusstseins, 22 Pfade, 10 bekannte und gezeichnete Sepirot, also Lebensbäume, und einen verborgenen Sepirot, welcher bei den meisten Wiedergaben unbeachtet bleibt. So wie sich die Kundalini-Schlange um die 33 Wirbel der Wirbelsäule windet, wird der Lebensbaum häufig mit einer sich hoch herumwindenden Schlange gezeichnet, den zunehmenden Pfad zum Keter der Krone, dem Ziel der spirituellen Suche anzeigend. Dazu Dion Fortune aus dem Buch »Die mystische Kabbalah«. Die Pfade stellen die aufeinanderfolgenden Stufen der Entfaltung der kosmischen Erkenntnis im menschlichen Bewusstsein dar. In alten Bildern ist oft eine um die Äste eines Baumes gewundene Schlange abgebildet. Dies ist die Schlange Nechushtan, die ihren eigenen Schwanz in ihr Maul nimmt, das Symbol von Weisheit und Einweihung. Wenn die Windungen dieser Schlange richtig um den Baum angeordnet sind, kreuzen sie jeden der Pfade nacheinander und scheinen die Reihenfolge anzudeuten, in welcher sie gezählt werden sollen. Mithilfe dieses Schriftzeichens ist es dann eine einfache Sache, die ganzen Aufstellungen der Symbole in ihren richtigen Positionen am Baum anzuordnen, vorausgesetzt, dass die Symbole in ihrer richtigen Reihenfolge in der Aufstellung wiedergegeben sind. Zitat Ende Aorum Solis schrieb Ein Symbol für das limbische System, des Teils des Gehirns, welches zuständig für die Gefühle ist und die Kundalini-Energie, die in jedem Menschen wohnende Kraft, die Eidechse, stellt auch die zyklische Bewegung der Energie durch das Universum dar. Geburt, Tod, Wiedergeburt ins Unendliche. Zitat Ende Genevieve Louis Paulson schrieb in Kundalini und die Chakren Viele Leute sehen Kundalini als einen New-Age-Trend. Die um einen Baum gewundene Schlange, welche mit Eva im ersten Buch Mose sprach, bezieht sich auf den Vorgang der spirituellen Erleuchtung. Das antike Symbol des Eskulab-Stab von Hermes, Merkur und dem ägyptischen Gott Tod, heutzutage von der westlichen pharmazeutischen Industrie verwendet, symbolisiert ebenso den Vorgang. Zwei ineinandergreifende Schlangen, die genau wie unsere Doppelhelix-DNS aussehen, winden sich einen geraden, senkrechten Stab hoch, der genau wie unsere 33-wirbelige Wirbelsäule aussieht, und schließen bei einem Lichtkreis, einem Kronenchakra mit gespreizten Schwingen ab. Diese sind dieselben Schwingen an Stecknadeln, welche von Militär, Polizei und Piloten getragen werden und Kindern auf kommerziellen Flügen geschenkt werden. Der Ursprung dieser Symbolik geht zurück bis zu dem Mythos von Atlantis, Vorläufer der Schöpfungsgeschichte der Bibel. In der Mitte vom Garten von Atlas war ein großer Lebensbaum, genau wie im Garten Eden der Bibel. Dieser Baum stellte einzigartige goldene Äpfel der Unsterblichkeit her, ausschließlich für die am meisten gereinigten und heiligsten Wesen. Die sieben Töchter von Atlas waren als die Hesperiden bekannt, und ihre oberste Pflicht war die Pflege und die Verteidigung des Lebensbaums. Sie hatten bei ihrer Aufgabe des Schutzes Beistand von einem uns mittlerweile bekannten Freund, der sich um den Baum wand. Um den Hesperiden bei ihrem Schutz beizustehen, umschlang eine Schlange, ein Drache, namens Ladon den Ast. Die Anzahl der Hesperiden wird manchmal mit sieben angegeben. So dürften sie sich auf die sieben Hauptchakren oder metaphysischen Energiezentren beziehen, welche zusammengenommen die menschliche Persönlichkeit ausmachen. So symbolisiert der Lebensbaum ebenfalls die Wirbelsäule, entlang dieser die Chakren angeordnet sind. Diese Auslegung behauptet, dass Kundalini-Yoga seinen Ursprung in Atlantis hat, von wo es um die Welt ging. Und in der Tat ist der Lebensbaum ein Symbol, dem man wiederkehrend in vielen europäischen und asiatischen Überlieferungen der angeblich versunkenen Orte Atlantis und Lemuria jeweils begegnet. Daher erscheint es so, dass das Geheimnis der 33, das Geheimnis, welches der Freimaurer 33. Grades verbirgt, eines hinsichtlich des spirituellen Bewusstseins ist, eines welches zurückgeht bis zum antiken Ägypten und Atlantis. Das freimaurerische Symbol einer die Erde hochhaltenden Säule bezieht sich zweifellos auf diesen atlantischen Mythos, bei welchem Atlas die Welt auf seinen Schultern trug. Im Wörterbuch ist eine Beschreibung von Atlas die anatomische Bezeichnung des ersten Halswirbels, der den Kopf stützt. Dies bedeutet den 33. Wirbel von unten, da die Schlange sich hochwindet. Genau der Wirbel, welcher unseren Kopf oder Bewusstsein stützt, wird tatsächlich Atlas genannt. Also hält der Atlaswirbel die Welt, unseren Geist, hoch. Atlas hat sieben Töchter, Chakren, die den Lebensbaum, die Wirbelsäule, bewachen und seine goldenen Äpfel der Unsterblichkeit. In der Offenbarung steht im Kapitel 13, Vers 16-18, Zitat, Und es macht, dass die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte, allesamt sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist eine Menschenzahl und seine Zahl ist 666, Zitat Ende. Eine der bekanntesten mystischen Zahlen ist das biblische Zeichen des Tieres 666. Das Tier macht, laut Bibel, dass sich alle ein Mahlzeichen geben, ohne welches sie nicht kaufen oder verkaufen können. Heutzutage haben sich viele Menschen in der westlichen Welt freiwillig Mikrochips in ihre Körper einsetzen lassen. Diese Chips enthalten ihre medizinischen, finanziellen oder andere Daten und sind überall auf der Welt aufzuspüren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Tragen eines Mikrochips freiwillig und wir können auch ohne ihn etwas kaufen und verkaufen. Aber in der nahen Zukunft planen die internationalen Bankiers der Geheimgesellschaften, ihre weltweite bargeldlose Gesellschaft zu verwirklichen. Noch vor einigen Jahren haben die Leute über eine solche Vorstellung gespottet. Nun ist sie alltäglich. Tausende sind bereits gechippt und Gesetze wurden schrittweise verabschiedet, um Haustiere, Gefängnisinsatzen und Alzheimer-Patienten chippen zu lassen. Mikrochips und Tätowierungen sind tatsächlich die letzte Stufe bei dem Plan des Tieres. Viele weitere Stufen zu diesem finanziellen Überwachungsnetz wurden bereits unternommen und tragen das Zeichen 666, beispielsweise der auf jedem Produkt im Handel zu findende Strichcode. Dazu ein Zitat von Robert van Kampen aus Das Zeichen. Zitat Ende Dazu Bob Fraley aus Die letzten Tage in Amerika. Zitat Zitat Ende Jede Gruppe von Strichen im Strichcode steht für eine Zahl von 1 bis 9, sodass beispielsweise eine schmale Linie neben einer Breiten 1 bedeuten kann, eine mittelgroße Linie neben einer Breiten eine 2 und so weiter. Der Code für 6 ist zwei schmale Linien nebeneinander. Jeder Strichcode hat am Anfang, in der Mitte und am Ende drei Sätze an schmalen, parallelen Linien, die ein wenig länger als die anderen sind. Diese speziellen Linien dienen als Lücke, weil sie Sperren sind. Da sie jedoch zwei schmale Linien sind, verschlüsseln sie die Strichcodezahl 6 dreimal. Bitte beachte auch, dass stets 13 Ziffern bei dem Strichcode stehen. In dem britischen Film von 1993, genannt Nackt, wird folgendes gesagt. Was ist das Mal? Nun, das Mal ist der Strichcode. Der allgegenwärtige Strichcode, den du auf jeder Rolle Klopapier, jeder Tiefkühlpizza und jedem Fertigkuchen finden wirst. Und jeder Strichcode ist unterteilt in zwei Abschnitte je drei Markierungen und diese drei Markierungen stellen immer die Zahl 6 dar. 666. Nun, was sagt dies aus? Niemand soll etwas ohne dieses Mal kaufen oder verkaufen. Und was beabsichtigen sie zu tun, um jeden möglichen Kreditkartenbetrug zu beseitigen und um die vollständig bargeldlose Gesellschaft herbeizuführen? Was sie nun beabsichtigen, was sie bereits an amerikanischen Soldaten getestet haben, ist, dieses Mal subkutan mit einem Lasertattoo auf die rechte Hand anzubringen oder auf die Stirn. Zitat Ende. Der Buchcode Nummer 666 der Abgabenverordnung verlangt von jedem, ein Kennzeichen der Sozialversicherung zu haben. Zum Glück sind Verordnungen keine Gesetze. 666, das Tier, gleich 3 mal 6, gleich 18, wie der 18-stellige Sendungscode, der im dreistöckigen Supercomputer Biest, übersetzt Tier, in Brüssel gespeichert ist. 1974 führte der Chefanalytiker der EU-Binnenmärkte Dr. Hannik Eldemann Biest, das Tier, ein. Dazu Dwight Kinman aus Der letzte Diktator der Welt. Jedem Menschen auf der Welt wurde eine 18-stellige Nummer zugewiesen, die aus drei Abschnitten je sechs Zahlen besteht. Die ersten drei Ziffern, welche jedem vom Biest-Computer zugewiesen wurden, sind 666. Die nächste ist ein Ländercode. Der Ländercode der USA ist 110. Die anschließenden drei Ziffern sind der Code der Telefonvorwahl und dann letztlich die neunstellige Sozialversicherungsnummer. Der Code ist also die 666 plus Ländercode plus Vorwahl plus Sozialversicherungsnummer, ist gleich der Biest-Personalausweis für eine Person. Zitat Ende. Jetzt etwas aus freimaurerisch-okkulte Numerologie von Duke. Die Visa-Karte ist ebenfalls interessant. Wenn man die Buchstaben Visa analysiert, wird man drei ehemalige Weltreiche dargestellt sehen. Vi ist die Zahl 6 in römischen Ziffern. Es ist das Stigma der griechischen Kultur, dessen Wert 6 ist und zuletzt das A in der babylonischen Kultur 6. Das heißt, Visa ist gleich 666. Zitat Ende. Vicarius Filii Dei ist der offizielle Titel des Papstes. Übersetzt bedeutet diese lateinische Bezeichnung der Stellvertreter des Sohnes von Gott. Und bei der Verwendung der römischen Numerologie ergibt sich 666. In der hebräischen Gematrie ist der Name George Bush gleich 666. G ist gleich 3, E ist gleich 5, O ist gleich 70, R ist gleich 200, G ist gleich 3, E ist gleich 5, B ist gleich 2, U gleich 70, S gleich 300, H gleich 8. Macht insgesamt 666. Erstaunlicherweise ergibt George Bush 6 in der Numerologie von Pythagoras, der Chaldea und dem Computerprogramm ASCII der US-Regierung. In der numerischen Computersprache American Standard fangen die Werte mit A gleich 65 bis Z gleich 90 an. Dies bedeutet, dass der Buchstabe W 87 entspricht. Numerologisch muss 87 zu einer einzelnen Ziffer gebrochen werden, also 8 plus 7 gleich 15 und 1 plus 5 gleich 6. Daher ist bei der American Standard Computersprache World Wide Web www gleich 666. Jedes Mal, wenn man eine Netzadresse eingibt, dabei die US-Tastaturbelegung verwendet, ist es der Saturn-Satan-Ringfinger, welches die 666 drückt. Das Motto der amerikanischen Pfadfinder endet mit Everything is A-OK, ungefähr Alles ist super in Ordnung, wobei sie mit ihrer rechten Hand das OK-Zeichen an ihrer Stirn machen. Wenn man genau hinschaut, bilden dabei Daumen und Zeigefinger einen Kreis und die anderen Finger der Hand symbolisieren drei Sechsen. So ist das OK-666 und das Anbringen an deiner Stirn entspricht der Offenbarung, Kapitel 13, Vers 16. 2 geteilt durch 3 ergibt 0,666. 666 geteilt durch 212 Grad Fahrenheit, dem Siedepunkt von Wasser, gleicht der Pi-Zahl 3,1415. Beschluss 666 ist ein verfassungswidriger Angriff auf den zweiten und vierten Zusatzartikel, welche das Tragen von Waffen und den Schutz vor staatlichem Eingriff garantieren, unter dem Schlagwort der Verbrechensbekämpfung. Der US-Highway 666 führt nach Dulce, New Mexico, wo sich eine riesige unterirdische militärische Anlage befindet. Personal, Soldaten und Zivilisten haben unglaubliche Geschichten über Dulce zu erzählen. Alle Euromünzen der EU-Währung haben sechs Sterne mit sechs Balken und dann sechs weiterer Sterne, ist gleich 666. Offiziell gibt es 660 Räume im Schloss der Windsors. Diese moralischen Stützen der Gesellschaft würden doch keine sechs Räume vor uns verbergen, oder? Die angebliche Verbraucherschutzorganisation Better Business Bureau ist abgekürzt BBB, was wie 666 ausschaut und ihr Symbol ist die Illuminati-Fackel oder Flamme. BBB ist numerologisch 222. Die Worte Wahrheit und Weisheit findet man in der King James Version der Bibel genau in 222 Versen. Das 222. Wort des Neuen Testaments ist Alexandria. Alexandria ist in der Konkordanz der King James Version von Strong die Nummer 222. Alexandria in Ägypten befindet sich 222 Meilen hin und Rückreise von den großen Pyramiden. In Alexandria, Virginia bei Washington DC ist das freimaurerische George Washington Gebäude 333 Fuß hoch. Der Geburtstag von Washington wurde vom 11.02. auf den 22. geändert, was 222 darstellt. George Washingtons Logennummer in der Alexandria-Loge war 22. Der Obelisk des Washington Monument in der US-Hauptstadt ist 555 Fuß hoch mit einem 111 Fuß hohen Fundament darunter. Also 555 plus 111 ist gleich 666. Das Wort Christus wird 555 mal im Neuen Testament verwendet. Der angebliche Unterschied der Temperatur des Mondes ist 555 Grad Fahrenheit. Und die angebliche Fläche des Mars beträgt 55.555.000 Quadratmeilen. Die Numerologie des Pythagoras geht nur bis 9 und beginnt dann wieder mit 1, was 2 oder 3 Buchstaben je Ziffer ergibt. Wenn man die Numerologie von Pythagoras verwendet, verschlüsselt das Wort Fox wie Robert Murdochs Fox News tatsächlich 666. Ebenso Rockefellers Exxon-Konzern, Exxon gleich 666, die X-Box und Filme wie Triple X und die X-Men-Trilogie. Wenn etwas Triple X ist, wie Gift oder Pornografie, dann ist es 666. Wenn du das Kürzel XOXOXO in der Internetsprache verwendest für Küsse und Umarmungen, dann bedeutet es auch 666666. Bei der Beendigung von jedem Spiel von Tic-Tac-Toe ergeben die mit X und O ausgefüllten 3x3 Kästchen tatsächlich in jeder Richtung 666. Tex Mars schrieb in Codex Magica, Billigmarken werden im Englischen Brand X genannt und es gibt ein Gefangenenlager für angebliche Terroristen, Camp X-Ray, auf der amerikanischen Militärbasis von Guantanamo auf Kuba. Die Jugend heutzutage wird die Generation X genannt und viele Leute sind über einen angeblichen Planeten oder Stern mit dem Namen Planet X besorgt, welcher angeblich auf die Erde zurast, der okkulte Bedeutung hat. Interessant ist auch das im Englischen verwendete Kürzel Xmas, um Christmas, also Weihnachten, zu ersetzen und die Tatsache, dass in Blacks Wörterbuch des Gesetzes ausgesagt wird, dass das Zeichen X manchmal gemacht wird, um eine Unterschrift auf gesetzlichen Schriftstücken zu ersetzen. Und X wird stark bei mysteriösen Sachen verwendet. Es gibt die Redewendung im Englischen Cross my heart, kreuze mein Herz, sinngemäß Hand aufs Herz. Im griechischen Alphabet wird der Buchstabe G mit dem Symbol X gekennzeichnet und die numerologische Bezeichnung 600 gegeben. Die Numerologen sagen dann, dass 3 mal X die Zahl 666 ergeben würde. Schwarzen Führer sehen anscheinend das X als einen Ersatznamen von großer spiritueller Bedeutung. Zwei bekannte Black-Muslim-Führer gaben sich den Namen Malcolm X und Louis X. Der letztere, mit Geburtsnamen Louis Eugene Walcott, änderte nach seinem Übertritt zum Islam und seinen Eintritt in die Black-Muslim-Organisation von Elia Mohammed seinen Namen zu Louis X. Heutzutage ist er als Louis Farrakhan bekannt. Es ist ebenso bekannt, dass Farrakhan Prinz Hall Freimaurer 33. Grades ist. Die Generation X spielt ihr Xbox-Spiel namens X-Men über Leute, die aufgrund von Röntgenstrahlung, englisch X-Ray, mutierten. Währenddessen teilen uns die Akte X-Serie, die Planet X-Comics und Mr. X vom Project Camelot, dem Aufstandsbekämpfungsprogramm des US-Militärs, mit, dass wir von Aliens heimgesucht werden. Die Bezeichnung Brand X bedeutet allgemein und entbehrlich. Es gab nie eine Generation W. Also warum sind wir dann Generation X? X markiert die Stelle. X marks the spot. Könnte es sein, dass wir für etwas markiert sind? Nochmal Tex Mars aus Codex Magica. Der Buchstabe oder das Zeichen X hat bei der Verwendung in den geheimen antiken Religionen eine lange Geschichte, beim nichtreligiösen Judentum, bei der Freimaurerei und beim Okkultismus. Die Elite der Illuminati verwendet es noch heutzutage, um wichtige Phänomene zu symbolisieren und bedeutende Ereignisse zu kennzeichnen. Der mysteriöse Buchstabe X scheint ein weites und vielfältiges Feld zu haben, mit oder ohne der Geheimhilfe der Förderung der Eliten. Zitat Ende. Die Bedeutungen von 666 sind zahlreich und vielfältig. 6 mal 6 ist gleich 36. Und wenn man sie zusammenzählt, ergibt jede Zahl von 1 bis 36, also 1 plus 2 plus 3 bis zu 36, gleich 666. Die Schöpfung dauerte 6 Tage. Der Mensch und die Schlange wurden am 6. Tag erschaffen. Der Mensch arbeitet nur 6 Tage und 6 Menschen haben in der Bibel anderen Namen. Ada, Isch, Enosch, Gefer, Anthropos und Ana. 6 mal 6 mal 600 ist gleich 21.600, was angeblich der Erdumfang an Seemeilen beträgt. Platon sagte auf Kreta, dass 6 in Atlantis eine heilige Zahl war und die weibliche, intuitive, empfängliche Mondkraft darstellte. Die dreifache Erwähnung irgendeiner Zahl stellt in der Numerologie die höchste Steigerung dar, also bedeutet 666 die stärkste weibliche, lunare Energie. Wenn Jesus Christus, die Sonne oder der Sohn, 555 ist, dann wäre der Teufel, der Mond, die Tochter 666. Auch beträgt 6 mal 6 mal 60 gleich 2160 die genaue Anzahl an Jahren, um ein Tierkreiszeichen der Präzision der Tag- und Nachtgleichen zu durchlaufen. Dieser 25.920-Jahr-360-Grad-Zyklus, Platons großes Jahr, ist der lange Verlauf durch die zwölf Tierkreiszeichen. Die Sternbilder bewegen sich alle 72 Jahre ein Grad, also braucht jedes Zeichen von 30 Grad 2160 Jahre, um vorbeizuziehen. Dieses von antiken Menschen verstandene Wissen ist vollständig in der Bibel enthalten, wurde jedoch von den Priestern und von den Päpsten vertuscht und verborgen. Die Zahlen 7, 77 und 777 werden sowohl von den Geheimgesellschaften wie auch von der Allgemeinheit als glückbringend angesehen. Die dreifache Sieben wird bei Glücksspielautomaten wegen ihrer mystischen Eigenschaft verwendet. Die amerikanische Supermarktkette 7-11, verschlüsselt 7 mal 11, ist gleich 77. Der G7-Gipfel, wobei G gleich siebter Buchstabe des Alphabets, ist numerologisch 77. Die Bekleidungskette K und G ebenfalls. KG gleich 11 mal 7 gleich 77. Die Marke American Eagle stammt aus dem Jahre 1977 und hat die 77 auf vielen ihrer zum Verkauf stehender Kleidung. Die angebliche Raumfahrtrakete Apollo 11 wurde im siebten Monat des Jahres gegründet, was 77 ergibt. Xbox hat World Soccer 7 und Winning Eleven, Pro Euro Soccer, als Spiel. Das US-Verteidigungsministerium Pentagon steht am 77. Längengrad und wurde angeblich bei 9-11 von Flugnummer 77 getroffen. Flug 175, also 1 plus 7 plus 5 gleich 13, traf angeblich den Südturm der Zwillingstürme in Höhe des 77. Stockwerks. Im ersten Buch Mose, Kapitel 4, Vers 23 und 24 ist zu lesen, Und Lamech sprach zu seinen Weibern Ada und Zilla, Ihr Weiber Lamechs, hört meine Rede und merkt, was ich sage. Ich habe einen Mann erschlagen für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kain soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech 77 mal. Hier haben wir den biblischen Ursprung dieser heiligen Zahl. Der biblische Lamech war ein Nachkomme von Kain, Vater von Tubal-Kain, Vorfahr von Hiram-Abif, der erste Mörder, und von den Freimaurern als Held betrachtet. Lamech sagte zu seinen Freunden Ada und Zilla, Kain soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech 77 mal. Und dies deutet 7, 11 und 77 an. Da Lamechs Rache von 77 elfmal jene von Kains Rache von sieben ist. Der Highway 77 in den USA ist die Städte von vielen interessanten Ereignissen, welche auch auf das Thema der Rache von Lamech hinweisen. John F. Kennedy wurde nahe des Highway 77 erschossen. Die freimaurerische Großloge von Oklahoma in Guthrie liegt am Highway 77. Der angebliche Attentäter von Oklahoma City, Timothy McVeigh, hat angeblich einen LKW am Highway 77 gemietet und wurde angeblich am Highway 77 in Untersuchungshaft gesteckt. Die Schwindel- bzw. False-Flag-Attentate von Waco, Texas und Oklahoma City waren am Highway 77. Nicht nur das, sie passierten auch am selben Tag. Waco am 19.04.1993 und Oklahoma City 1995. Dann war am 19.04.2004 der angeblich versuchte Anschlag auf den Sears Tower in Chicago. Genau 444 Tage nach dem Sears Tower waren die geschwindelten Anschläge in London am 07.07.2005. 2 plus 5 gleich 7, was 777 ergibt. 777 plus 444 gleich 11.11. 11.11. Eine sehr bekannte mystische Zahl, welche wie 77 mit der Rache von Lamech verknüpft ist. Am 11.07.06 töteten angeblich bei einem Anschlag in einem Zug in Bombay, Indien, Terroristen 209 Menschen. 2 plus 9 gleich 11. Dabei angeblich 7 Bomben verwendend, welche genau 11 Minuten hintereinander gezündet wurden. Am 11.07.2007 veröffentlichte die CIA eine geheimdienstliche Einschätzung, die einen weiteren angeblichen Terroranschlag von Al-Qaida auf die USA vorhersagt. Jake Kotze schrieb in Die schöne neue Weltordnung, Alistair Crowley glaubte, dass Pan der Zauberer von Oz sei und ordnete ihm die Zahl 77 zu. Das Z in dem Kreis spricht man Oz und der Buchstabe Z selbst besteht aus zwei Siebenen, eine richtig und die andere verkehrt herum. Also klingt bei Oz die 77 mit, da das Z aus zwei Siebenen besteht. Es gibt Die Zauberer von Oz und Oz eine fantastische Welt Filme, die Oz Zeitschrift, Oprah Winfrey's Dr. Oz Show und die Oz Show von HBO. Die Abkürzung für Unze ist OZ, obwohl im Englischen kein Z in dem Wort vorkommt. Somit begleiten Supermarktregale und Produkte in den USA OZ, also 77. Das Unternehmen Zellers verwendet das Z innerhalb eines O's in ihrem Logo und spricht damit deutlich die 77 aus. On ist der ägyptische Sonnengott und das Wort für Licht. Dr. No war der erste James-Bond-Film, Die Hauptrolle spielt der Freimaurer 33. Grade Scene Connery, der ebenso in Sardos mitspielt. Boeing baut ein 707-Modell und führt immer noch die 7er-Linie fort. Wenn du schläfst, dann lautet eine englischsprachige Redewendung, dass du ein paar Zs nimmst für das Schlafgeräusch. Somit nimmst du ein paar 77er. Interessanterweise klingt bei dem Wort ZOO, einem Ort, bei dem Tiere eingesperrt und beobachtet werden, die 77 an. Auch verschlüsselt das Wort Zodiac, Englisch für Tierkreis, nicht nur OZ, 77, sondern ein weit tieferes numerologisches Geheimnis. Wenn man die Buchstaben von Zodiac zu KARDOITS verstellt, wird ein numerologischer Zufall offenbar. C gleich 3, A gleich 1, D gleich 4, O gleich 15, I gleich 9, Z gleich 26 macht 3,141,15926. Die ersten acht Ziffern der Kreiszahl Pi sind in Kodiak verschlüsselt. Eine weitere, näher okkulte Auslegung der 77 ist 7 mal 7 gleich 49. Viele Buddhisten glauben, dass die Seele 49 Tage zwischen Tod und Wiedergeburt beim Reinkarnationsvorgang verweilt, so wie es im tibetanischen Buch der Toten geschrieben steht. Fremde und Familie des Toten sind angehalten, 49 Tage das Buch der Toten für den kürzlich Verstorbenen zu lesen. Traditionelle chinesische Beerdigungen dauern ebenfalls 49 Tage. Erstaunlicherweise ist es 49 Tage nach der Empfängnis, wenn ein Embryo den großen Wandel zum Fötus macht. Beim 49. Tag geschehen zwei wichtige Dinge. Die kürzlich gebildete Zirbeldrüse erzeugt einen riesigen Stoß von DMT, Dimethyltryptamin, und das Geschlecht des Babys ist beschlossen. Könnte dies der Augenblick der Wiedergeburt sein? Der Philosoph René Descartes und viele weitere sind der Überzeugung, dass die Zirbeldrüse, das Auge der Pyramide, der Sitz der Seele ist, wo die nichtmaterielle Seele mit dem materiellen Körper zusammenspielt. Die Zirbeldrüse ist das einzig asymmetrische Organ in unserem Kopf, in der geometrischen Mitte unseres Gehirns liegend. Jede Nacht erzeugt unsere Zirbeldrüse kleine Mengen an DMT, welche uns in verschiedene Traumzustände versetzen. Die einzigen anderen Zeitpunkte, an denen dieser Stoff natürlich freigesetzt wird, ist der Augenblick unseres Todes und der Wiedergeburt der tibetanischen Buddhisten 49 Tage später. Die freimaurerischen Rolling Stones sangen in ihrem Stück Highway 49 übersetzt Draußen auf dem Highway 49 wandelte ich, bis ich tot war. Erneut auf dieses Thema anspielend. Eine Zeile in dem Stück der Band Stiff Little Fingers namens Gate 49, Tor 49, lautet Ich finde diesen Eingang in meinem Geist. Wenn ich bei dir sein will, dann schreite ich einfach durch das Tor 49. Ihr einzig anderes Stück mit einer Zahl ist Johnny Seven. Und die Band 77s singen ein Stück mit dem Titel Siebenen, der wie folgt beginnt Kann man hier ein Muster erkennen? Blank 77 besinkt den Geist von 77 Andere Bandnamen lauten Linear 77, Breed 77, Kollapso 77, Carter 77, Resistance 77. Nada Surf singt über den Blizzard von 77 mit dem Text über einen Trip in der Supermarktkette 7-Eleven. So in etwa wie bei einem DMT-Trip vielleicht? Ozzy Osbourne brachte das Album Blizzard of Oz heraus und verendete das S in Osbourne zu einem Z wie Osbourne. Daher können wir feststellen, dass Oz auch auf das Thema Oz 77 anspielt. Dies wird in der TV-Serie Lost bestätigt, in der es eine Folge namens Enter 77 gibt und eine Oz-Andeutung in der Folge Der Mann hinter dem Vorhang. Über einen Mann, welcher behauptet, auf der Insel mittels eines Heißluftballons gelandet zu sein, genau wie der Zauberer von Oz. Es gab 48 Überlebende des Unglücks und Claires Baby oder die Französin, was 49 ergibt. Wir sehen auch in der Folge Zahlen, dass der Countdown gerade die 49 erreicht. Als die Serie startete, sah man den Schriftzug Lost auf den Zuschauer zukommen und dabei lösten sich das L und T ab, sodass nur das OS übrig blieb. Die Serie steckt voller Numerologie, Symbolik und Mythen, die eines eigenen Kapitels in diesem Buch würdig wären. Der Autor der Serie, J.J. Abrams, schrieb auch den Film Star Trek Lost Frontier. In Disneys Große Haie, Kleine Fische verleiht der Freimaurer Will Smith der Hauptfigur Oscar seine Stimme. Am Anfang des Films trägt Oscar eine Kappe mit einem großen O genau über seinem Chakra des dritten Auges und die meiste Zeit des Films hat er ein blaues Auge. Den ganzen Film überwirkt Oscar als ein drittes Auge für die Hai-Figur, welche Robert De Niro seine Stimme gibt, wie durch das Filmposter angedeutet. Ganz ähnlich trägt Dorothy in dem Film Oz eine fantastische Welt, ein Kopfband mit einem Z in einem O, unmittelbar über ihrem dritten Auge, was erneut dieses okkulte Geheimnis zeigt. Eigentlich wird dies nur von den Menschen im Westen verborgen. Die Hindu-Frauen, welche einen aufgemalten Punkt auf ihrer Stirn tragen, Bindi, sind sich ihrer spirituellen Bedeutung hinsichtlich des dritten Auges durchaus bewusst. Die Schauspielerin Robin Taney spielt wiederholt in Filmen der Freimaurer in Hollywood mit, um dieses Oz-Thema anzudeuten. Sie hat dreimal in ihrer Karriere Charaktere mit dem Namen Zoe dargestellt, was natürlich Oz rückwärts bedeutet. In dem Film Cherish spielt Taney den Charakter Zoe und auf dem Filmposter gehen Kreise Os von ihrem Unterschenkel aus. Beim Poster zum Film Zodiac kann man sehen, wie eine Linie durch das O geht und direkt auf Robin Tannys Namen zuläuft. Man kann die Schauspielerin ebenfalls in der HBO-Serie Prison Break sehen, bei welcher auch das Oz-Thema mitklingt. Oz-Mium ist das 76. Element. Wenn man die Gemeinsamkeiten auf die Spitze treiben möchte, dann ist es interessant, dass der angebliche Kennedy-Attentäter Lee Harvey Oswald angeblich durch den CIA-Agenten Jack Ruby umgebracht wurde, wie die rubinfarbenen Zauberschuhe, englisch Ruby Slippers, die in dem Film Zauberer von Oz von der Darstellerin Judith Garland getragen wurden. Der Vorgänger der CIA hieß OSS und Marilyn Manson singt das Stück »King Kill 33« über Lee Harvey Oswald. Wie tief geht das Kaninchenloch? Die Grundsteinlegung des Pentagon war am 11.09.1941, genau 60 Jahre bevor Flug 77 angeblich in jenes gekracht ist. Das Pentagon wurde von dem Priester des Templerordens Jack Parsons gestaltet, der ein Freund des Leiters des Templerordens Aleister Crowley war. Crowley sprach dem Ziegengott Pan die Zahl 77 zu. Somit ist Pan, der Bock, der alles Schaffende, alles Vernichtende, 77. US-Präsident George W. Bush war angeblich rein zufällig während des Staatsstreiches von 9-11 in einer Grundschule, wo in dem Augenblick, in dem angeblich Flug 77 in das Pentagon am 77. Längengrad und ein Flugzeug angeblich in den 77. Stock des Südturms krachte, ein Buch mit dem Titel »Meine Ziege« vorgelesen wurde. Still betrachtete all dies die Freiheitsstatue auf einem elfzackigen Sternsockel, eine siebenzackige Krone tragend, 7 mal 11 gleich 77. Im alten römischen Kalender war der September der siebte Monat, Oktober der achte Monat und so weiter. Der 11. September weist also auch auf 7 mal 11 gleich 77 hin. Und wäre dies nicht unheimlich genug, passierte angeblich ein weiterer numerologischer Zufall bei der angeblichen Katastrophe des TWA-Fluges 800. Dazu ein Zitat von Robert Howard aus »Die Zerstörung des WTC. Okkulte Symbolik deutet auf Feinde innerhalb unserer eigenen Regierung«. Am 17.07.1996 hob TWA-800 angeblich vom JFK-Flughafen ab und explodierte, angeblich einige Minuten später, über dem Atlantischen Ozean nahe Long Island. Swiss Air-111 hob angeblich auch vom JFK am 2.09.1998 ab, 9 plus 2 gleich 11 und ging angeblich an der Küste Kanadas in Flammen auf. Die Anzahl der Wochen zwischen diesen angeblichen Ereignissen beträgt genau 111, so wie die Flugnummer von Swiss Air. Dies ist ein sehr deutlicher Hinweis auf die verdeckten Freimaurer. TWA-800 und Swiss Air-111, die Zeit zwischen den angeblichen Unglücken beträgt 111 Wochen oder 777 Tage. Die Zahl 777 beinhaltet das Mal der Rache von Kain, die 7, und das Mal der Rache von Lamech, die 77. Zitat Ende. Sowohl Luftüberwachung wie hunderte Augenzeugen entlang der Küste von Long Island, welche das FBI nie befragte, sahen angeblich klar, wie TWA-800 von einer von einem kleinen Boot abgefeuerten Rakete getroffen wurde, welches anschließend davon fuhr. Alan F. Alford schrieb in Götter des neuen Jahrtausends die vernichtende Wahrheit über die Herkunft der Menschheit. Das göttliche Vermächtnis der 7 wird ebenfalls in der nicht erklärten Herkunft der 7-Tage-Woche vorgefunden. Viele von uns nehmen die 7-Tage-Woche als selbstverständlich hin, als wäre sie ein natürlicher Kreislauf. Tatsächlich ist sie jedoch ganz und gar kein feststehender Kreislauf und Wissenschaftler haben sich lange schwer getan, zu erklären, wo dieser angebliche Brauch herstammt. Theologen würden behaupten, dass die Antwort in den biblischen 7 Tagen der Schöpfung liegt. Jedoch sind der Ursprung der biblischen Tage fast sicher die 7 Tafeln, auf welche der babylonische Schöpfungsmythos in Numa-Elisch geschrieben wurde. Dies wird durch den Unterschied zwischen den ersten 6 babylonischen Tafeln, Marduchs Schöpfungsakt beschreibend, und der 7. Tafel, welche der allgemeinen Verehrung des Gottes gewidmet ist und daher dem 7. Tag der Bibel entspricht, an dem Gott sich vom Schöpfungsakt ausruhte, deutlich. Aber was ist letztendlich die Herkunft der heiligen Zahl? Warum schrieben die Babylonier ihre Schöpfungsgeschichte auf 7 Tafeln? Obwohl die 7 Sterne der Plejaden letztlich bedeutsam sein dürften, legte der Autor Zechariah Sitchin eine sehr interessante abweichende Theorie vor, welche auf der wortgenauen Übernahme der altertümlichen Schriften fußt. Da er bereits die Gesellschaft von zwölf Göttern mit zwölf Planeten erkannt hat, war er von den ständigen Bezügen auf den Gott Enlil fasziniert, als Hauptgott der Erde bekannt, aber ebenso recht kryptisch als der Herr der Sieben. So kam Sitchin auf die Vorstellung, dass die Erde irgendwie der siebte Planet sei und ihm wurde schnell klar, dass die Erde tatsächlich von den Göttern als der siebte Planet vorgefunden wurde, als sie von Nibiru in das Herz des angeblichen Sonnensystems wanderten. Zitat Ende In der sumerischen Erzählung war die Erde der siebte Planet, da ihre Vorläufer angeblich aus einem anderen System kamen und Pluto als ihr erster Planet galt, anstatt Merkur. Es gibt sieben Tage in der Woche, sieben Tage des judeochristlichen Schöpfungsmythos und sieben Tafeln der Enuma Elisch, welche die babylonische Schöpfung beschreiben. Es gibt 7-Up-Limonade, Seagram's 7-Whiskey, die sieben Sphären, den siebten Himmel, sieben Hathore, sieben Chakren, die sieben Siegel und sieben Töchter von Atlas, welche die goldenen Äpfel der Unsterblichkeit bewachen. Brad Pitt, also Brad gleich 2 plus 18 plus 1 plus 4 gleich 25 und 2 plus 5 gleich 7 und Pitt gleich 16 plus 9 plus 2 plus 0 gleich 29, 2 plus 9 gleich 11. Also Brad Pitt gleich 7 und 11. Tritt in den Filmen Seven, Sieben Jahre in Tibet und Ocean's Eleven auf, Beachte, er tritt ebenfalls in Unter Null, Twelve Monkeys, Ocean's Twelve and Thirteen auf, was insgesamt sieben numerologisch bedeutende Filme bis jetzt macht. Nochmal David Icke. Die Zahlen 7 und 40 sind auch in der Bibel und bei Geheimgesellschaften Code-Zahlen. So haben wir in der Bibel sieben Geister Gottes, sieben Kirchen Kleinasiens, sieben goldenen Leuchter, sieben Sterne, sieben Lampen, sieben Siegel, sieben Trompeten, sieben Engel, sieben Donner und der Rote Drache in der Offenbarung mit sieben Häuptern und sieben Kronen. Die Erzählung von Jericho handelt von Joshua, der seine Armee sieben Tage um Jericho herumführt, begleitet von sieben Priestern, die sieben Trompeten mit sich führen. Am siebten Tag hatten sie Jericho siebenmal umrundet und die Mauern der Stadt stürzten ein. Bei der Erzählung von Noah gehen sieben Paare eines jeden Landtiers auf die Arche und sieben Paare eines jeden Vogels. Es gibt sieben Tage zwischen der Vorhersage der Flut und des Regens und sieben Tage zwischen des Ausfliegens der Tauben. Die Arche landet am siebzehnten Tag des siebten Monats, Noah verlässt die Arche am siebundzwanzigsten Tag und nach der Flut fängt sein siebtes Jahrhundert. Negative 40 ist die Temperatur, bei welcher die Fahrenheit und Celsius Maßstäbe übereinstimmen. Also ist minus 40 Grad Fahrenheit gleich minus 40 Grad Celsius. So wie Eis bei 32 Grad Fahrenheit schmilzt, so wie 13 Zoll oder Inches 33 Zentimetern gleicht, so wie 666 geteilt durch 212 Grad Fahrenheit, der Siedepunkt von Wasser, gleich der Pi-Zahl 3,1415 ist, genau so stimmt die glückliche Fügung von Fahrenheit und Celsius bei minus 40 Grad vollkommen mit dem freimaurerischen Geheimschul-Numerologischen Wissen und der Bibel überein. Es gibt 120 verschiedene Variationen der Zahl 40 in der Bibel. Isaak und Esau waren 40 Jahre alt, als sie ihre Ehefrauen nahmen. Noah hielt 40 Tage und 40 Nächte dem sintflutlichen Regenstand. Moses war für 40 Tage und Nächte mit Gott auf dem Berg Sinai und erhielt die 10 Gebote. Moses führte das Volk Israel im Alter von 80 Jahren, also zweimal 40, aus Ägypten und nach 40 Jahren des Manna-Verzehrs und der Wanderung in der Wildnis starb er mit 120, also dreimal 40. David trat nach 40 Tagen der Spottreden Goliaths in Erscheinung. Einige Könige und Herrscher Israels regierten 40 Jahre, wie David, Salomo, Eli und Saul. Zwölf Spione kundschafteten das gelobte Land 40 Tage aus. 40 Tage lang fastete, betete Jesus in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Moderne Christen halten die 40-tägige Fasten- und Bußzeit vor Ostern ein. Jesus verbrachte 40 Tage mit seinen Jüngern nach der Kreuzigung oder Wiederauferstehung und vor seiner Himmelfahrt. David Icke schrieb in Das größte Geheimnis Adam kommt ins Paradies, als er 40 Jahre alt ist. Eva folgt 40 Jahre später. Während der Sintflut regnet es 40 Tage und 40 Nächte. Seth wird im Alter von 40 Jahren von Engeln hin fortgetragen und wird für 40 Tage nicht gesehen. Moses ist 40, als er zu Midian geht und dort 40 Jahre bleibt. Josef ist 40 Jahre alt, als Jakob in Ägypten ankommt. Jesus geht für 40 Tage in die Wildnis. Die Bibel ist das Wort Gottes? Nein, es ist in dem esoterischen Code der Geheimschulen geschrieben. Die arabische Literatur wurde ebenfalls von und für Eingeweihte der Mysterien zusammengestellt und hier findet man dieselben Codes. Die Arbeint, die 40er, sind Geschichten, die sich alle auf die Zahl 40 beziehen und ihr Kalender hat 40 regnerische und 40 windige Tage. Ihre Gesetze weisen ständig auf die 40 hin. Zitat Ende. Der größte Ausleger der Mischna, der mündlichen Tora, Rabbi Akiva, begann Hebräisch zu lesen, als er 40 Jahre alt war. Das Baderitual Mikva besteht aus 40 Seher, was etwa 750 Litern Wasser entspricht. 40 Peitschenhebe ist eine der Strafen, welche der Sanhedrin, der Hohe Rat, ausspricht. Im Hinduismus bestehen viele bekannte religiöse Gebete aus 40 Schlocker. Das geläufigste ist das Hanuman Chalisa. Chalis ist die Hindi-Bezeichnung für 40. In muslimischen Kulturen werden die Toten üblicherweise 40 Tage betrauert. Der Dajjal wandert für 40 Tage auf der Erde. Jules Verne schrieb in 80 Tagen um die Welt, also zweimal 40. Khadija war 40 Jahre alt, als sie Mohammed heiratete. Mohammed begann im Alter von 40 Jahren, das Wort des Koran vom Engel Gabriel zu erhalten und innerhalb von vier Jahren bekehrte er eine Gruppe von 40 Anhängern. Einige in Russland glauben, dass der Geist der Toten 40 Tage an ihrer Totenstätte verweilt. 40 ist eine mystische Zahl, eine Art von Versuchs- oder Test- oder Übergangszeitraum und spirituelles Wachstum bezeichnend. In der Bibel ist jedoch stets von 40 Tagen oder 40 Jahren die Rede, nie von 40 Wochen. Dies verleiht der Schlussfolgerung Glaubwürdigkeit, dass die 7-Tage-Woche eine vergleichsweise moderne christliche Idee ist und deutet auch auf eine offenkundige Lücke. 120 Mal die Verwendung von 40 Tagen oder Jahren, jedoch nicht ein einziges Mal 40 Wochen benutzt. Könnte dies sein, weil es genau der Zeitraum von 40 Wochen oder 9 Monaten ist, den eine Schwangere ihr wachsendes Baby im Mutterleib vor der Geburt trägt? Könnte es sein, dass die Flutwasser das Fruchtwasser der Mutter symbolisiert und Noah das Baby ist, beschützt durch die Arche? Warum trieben Moses in Ägypten, Mises in Syrien, Minos in Kreta, Manu in Indien und alle Vorhergehenden in einem Korb einen Fluss herab? Später dann geht es darum, das Rote Meer zu scheiden. Warum ist in der Bibel erwähnt, dass Frauen für 40 Tage nach der Geburt eines Jungen unrein seien? Manna, übersetzt Was ist das? ist, was Moses 40 Jahre in der Wüste aß. Könnte sich die Bibel auf das Manna im Mutterleib beziehen?